Ich war erst 18 Jahre alt, als ich einen Mann aus diesem Dorf heiratete. Unser Baby war kaum auf der Welt, da beschloss er sich einer Karawane anzuschließen. Wir hatten ganz lange nichts von ihm gehört, bis am ersten Geburtstag meiner Tochter ein Brief kam. Und da hieß es, mein Mann sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Mehr habe ich nie in Erfahrung bringen können. Die Frauen, die sich in dieser Situation befanden, waren alle sehr couragiert und tüchtig. Sie fühlten sich für ihre Schwiegereltern und ihre Kinder verantwortlich. Sie fertigten Stickereien an, verkauften sie und übernahmen alle möglichen anderen Arbeiten. Sie sorgten aufopferungsvoll für ihre Familien, damit alle glücklich waren und es ihnen an nichts fehlte. Sie waren die eigentlichen Heldinnen. Ihnen zu Ehren haben die Familien diese Tore errichten lassen, die das Dorf umgeben. Zur Erinnerung an die vielen treuen Frauen, die auf ihre Männer gewartet haben und für ihre Kinder und die Schwiegereltern große Opfer brachten. Deswegen haben wir diese Tore. Die alte Handelsstraße führt uns weiter in dieses Tal, wo wir in einem der vielen malerischen Orte der Region Station machen. Wir haben das Glück, bei der traditionellen Herstellung von Tofu zusehen zu dürfen. Die ganze Familie macht sich ans Werk. Der aus Sojabohnen gewonnene asiatische Tofu oder Dofu ist ein idealer Fleischersatz und wichtiger Lieferant hochwertiger Proteine, vor allem wenn er gut gepresst ist. Das rein pflanzliche Nahrungsmittel ist nicht nur cholesterinfrei, es enthält im Gegensatz zu Fleisch auch ungesättigte Fettsäuren, die sich wiederum günstig auf dem Cholesterinspiegel auswirken. Und schließlich ist Tofu reich an Hormonen, die vor bestimmten Krebsarten wie Brust- oder Prostatakrebs oder auch vor Beschwerden in den Wechseljahren schützen. Frischer Tofu lässt sich beliebig weiterverarbeiten und ist in Asien fester Bestandteil einer ausgewogenen Mahlzeit. Den Pferdeführern der Tee-Karawanen bescherte der vielseitige Bohnenquark während ihrer sechsmonatigen Reise einen abwechslungsreichen Speiseplan. Im Laufe der Zeit war die Tee-Straße zu einer der wichtigsten Handelsachsen der Region geworden und immer mehr geschäftstüchtige Zuwanderer ließen sich an der Strecke nieder. Die Neuankömmlinge bauten Dörfer und lieferten alles, was die vorüberziehenden Karawanen brauchten. Jedes erdenkliche Handwerk etablierte sich entlang der Route. Weber, Färber, Hufschmiede, Sattler und viele andere mehr. Verhoff von Dörfer und liefer bauten Dörfer, Wenn die Ich bin in der Oh 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 Bonus Ich habe eine schöne, 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 schöne. Ich hab in meinem Haus auf der Niederlage geführt. Ich bin mir vor Ort, er ist mir vor Ort. Jedes Dorf hatte seine eigene Spezialität. So auch Longzhu, das noch heute für seine Papierherstellung bekannt ist. Als ich jung war, lebten viele verschiedene Volksgruppen in Longzhu. Manche stammten von sehr weit her, wie die Ji, die aus Nanjing gekommen waren, um sich hier an der T-Route niederzulassen. Sie erzählten mir, dass sie schon vor mehr als 400 Jahren aus ihrer Heimat hierher gekommen waren. Und weil es in diesem Becken kaum Anbauflächen gab, die Region ist ziemlich zerklüftet, mussten sie sich auf ein Gewerbe verlegen, das nicht vom Tee abhängig war. Die ersten Dorfbewohner fingen dann an, Papier zu schöpfen. Und schon bald lebte das ganze Dorf davon. Sie hatten so großen Erfolg damit, dass man Longzhu mit der Zeit als Klein-Shanghai bezeichnete. Allerdings musste alles, was sie zum täglichen Leben brauchten, von den Karawanen ins Dorf gebracht werden. Hier wurden die Waren dann getauscht und weiterverarbeitet. Wir handelten Papier gegen Tee. Und so kam unser Papier mit den Karawanen nach Lijiang, in unsere Handelszentren. Dort wurde das Packpapier für Tee verwendet. Damals kamen jeden Tag unzählige Karawanen durch das Dorf. Ganz gleich, wo die Karawanen sonst noch stationieren, nach Dalí kamen sie alle zum alljährlichen Pferdefest, das hier seit mehr als 1500 Jahren gefeiert wird.